Willkommen bei Change – Einfach Machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Recruiting und Karriere. Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Episode in deinem Business-Podcast Change – Einfach Machen. Mein Name ist Ulrike Winzer und ich bin die Gastgeberin dieses Podcasts. Corona beschäftigt uns ja nach wie vor sehr intensiv und es ist überhaupt nicht absehbar, wann das normale Business weitergehen wird. Und etwas, was im Zuge von Corona ganz massiv zugenommen hat, ist das Thema Homeoffice. Während früher, also vor Corona, viele Menschen sehr restriktiv das Thema Homeoffice angegangen sind und sehr zurückhaltend damit umgegangen sind, erleben wir jetzt gerade ja einen riesengroßen Boom. Und das stellt viele Menschen vor große Herausforderungen, weil sie es bislang einfach nicht gewohnt waren. Ich habe deshalb fünf Tipps für dich zusammengestellt, die dir helfen werden, effektiver, besser und ja auch zufriedener im Homeoffice zu arbeiten. Wenn du jetzt sagst, na, woher willst du das denn wissen? Du bist doch selbstständig. Ja, das bin ich. Ich war aber auch mal angestellt. Und zu meiner Angestelltenzeit habe ich damals sogar extra darum gebeten, dass ich auch im Homeoffice arbeiten darf. Warum? Nun, als ich die Anstellung in diesem Unternehmen übernommen hatte, bin ich jeden Tag so 35 Minuten ins Büro gefahren. Die Strecke war gut zu fahren, sie war relativ frei. Dann haben einige große Unternehmen sehr große Bürokomplexe gebaut. Und dann wurde plötzlich die Fahrt ins Büro und auch zurück abends zu einer richtigen, ja, Staurelly. Ich habe wirklich permanent im Stau gestanden und ich gebe offen zu, ich hasse es, im Stau zu stehen. Wenn ich zu einem Kunden fahre, ist es die eine Sache, im Stau zu stehen. Aber wenn ich regelmäßig jeden Tag auf dem Weg ins Office feststelle, es geht einfach nicht vorwärts, dann finde ich das persönlich sehr nervig und auch sehr zeitaufreibend. Und da habe ich dann darum gebeten, dass ich gerne Homeoffice machen würde. Und aus der Zeit habe ich natürlich eine Menge Tipps und Kniffe im Hinterkopf. Und auch heute mache ich immer wieder Homeoffice. Ich wechsle das ab mit Zeiten, wo ich im Büro bin und wo ich von zu Hause arbeite. Also fangen wir mit dem ersten Tipp an und der lautet Organisation. Organisation, da fallen so einige Punkte drunter. Das eine ist Kleidung. Am Anfang dachte ich Homeoffice super. Der Effekt war, ich bin aufgestanden und der erste Weg war an den Rechner und ich habe den Rechner angemacht. Ich bin in die Küche gegangen, habe die Kaffeemaschine angemacht und dann erst bin ich ins Bad gegangen. Und zwischendrin habe ich immer noch mal geguckt, welche Mails waren denn schon angekommen, hatten sich Kandidaten gemeldet, auf die ich gewartet hatte. Es war also so ziemlich ein nahtloser Übergang zwischen Aufwachen und Beginn der Arbeit. Und das ist etwas, wo ich dir sagen muss, das solltest du nicht tun. Ich habe das auch irgendwann umgestellt, aber am Anfang war diese Versuchung einfach sehr groß. Und wenn du dann um 10 Uhr immer noch im Bademantel vor dem Rechner sitzt, dann ist das nicht so wirklich gut. Also überlege dir, welchen Arbeitsplatz du hast, wo ist dein Arbeitsplatz mit Tisch und Stuhl, den du wirklich dafür verwendest. Wann beginnst du mit der Arbeit? Also wie ist deine Arbeitszeit? Richte dich so ein, dass du zu Beginn deiner Arbeitszeit auch angezogen bist in einem Outfit, in dem du dich ja arbeitstechnisch gut fühlst. Und überlege dir, wann du Pausen machst. Denn auch Pausen gehören dazu und Pausen sind wichtig. Und natürlich hat der Arbeitstag auch ein Ende. Das bedeutet nicht, dass du um 21, 22 Uhr immer noch im Homeoffice am Rechner sitzt. Also beende deinen Arbeitstag und mach dann auch die Tür zu. Der zweite Tipp lautet Prozesse. Prozesse und Abläufe. Das heißt konkret, überlege dir, welche Aufgaben stehen eigentlich an. Überlege dir morgens, was ist heute zu tun? Wo sind deine Daten? Wo sind sie alle gespeichert? Hast du auch Sachen auf Papier? Und wo hast du sie in deinem Homeoffice physisch vor dir liegen? Wo hast du die Utensilien, die du brauchst? Also da ist es auch ganz wichtig, dass du dir vorher überlegst, wie organisierst du vom Prozess her deinen Arbeitstag? Dazu gehört auch sich zu überlegen, hast du eigentlich Daten in der Cloud und wie kannst du darauf zugreifen? Vor allen Dingen, wie kannst du gewährleisten, dass sowohl du als auch deine Kollegen auf die relevanten Daten zugreifen können? Viele größere Unternehmen haben ja eine eigene IT-Abteilung. Nichtsdestotrotz, es muss irgendwie eingerichtet werden. Und die Einrichtung erfolgt natürlich aufgrund des Prozesses, der dahinter liegt. Also mach dir da Gedanken, wie organisierst du den Ablauf so, dass die wichtigen Kollegen, die wichtigen Mitarbeiter auf alle relevanten Daten zugreifen können. Der dritte Punkt lautet Kommunikation. Wie kommunizierst du mit deinen Kollegen, mit deinen Mitarbeitern, sofern du Führungskraft bist und auch mit deinen Kunden? Ich habe damals die Erfahrung gemacht, dass es mir sehr geholfen hat, dass ich regelmäßig jeden Morgen um halb neun mit meiner Assistentin ein Call vereinbart habe. Und damals gab es das Thema Videotelefonie noch nicht. Deswegen haben wir um halb neun wirklich telefoniert. Das war für sie sehr wichtig und für mich war es genauso wichtig. Das war ja ein fester Anker, um, nachdem man sich Gedanken gemacht hatte, was steht denn heute alles an, um gegenseitig die Aufgaben zu verteilen, Konfliktpunkte anzusprechen, kritische Dinge durchzugehen. Und da war jeder vom anderen abhängig und jeder hat sich auf den anderen verlassen. Und natürlich war das für das innere Wohlfühlgefühl ungemein wichtig, diesen festen Austausch zu haben. Das bedeutet nicht, dass wir dann während des Tages nicht miteinander gesprochen haben. Aber diese Routine, sich jeden Morgen auszutauschen und zu sagen, wie machen wir es denn jetzt, das war unglaublich wichtig. Und das kann ich dir auch nur empfehlen, wenn du Kollegen hast oder wenn du in einem Team bist, schau, dass ihr regelmäßige Prozesse, regelmäßige Termine festlegt, wie ihr miteinander sprecht. Das kann man natürlich über unterschiedliche Methoden machen. Natürlich gibt es auch weiterhin die Telefonie. Aber im Zeitalter von Videokonferenzen sind natürlich solche Tools einfach nur hervorragend. Es gibt auch Tools, mit denen man ja quasi eine Art Messenger-Format für Unternehmen einrichten kann. Also Slack ist zum Beispiel ein solches Tool. Damit kann man sehr komfortabel auf dem Rechner arbeiten. Aber damit sind wir eigentlich schon fast beim vierten Punkt, nämlich bei der Technologie. Technologie ist etwas, was mit hoher Wahrscheinlichkeit von eurer IT-Abteilung festgelegt wird. Es sei denn, du bist ein so kleines Unternehmen, dass du selber schaust, wie mache ich das denn jetzt und wie organisiere ich das? Unter Technologie fallen einige Punkte. Hardware ist natürlich ein Thema. Also wie arbeitest du mit deinem Rechner von zu Hause aus? Brauchst du noch einen externen Bildschirm, eine externe Tastatur, eine Maus dazu, die du vielleicht normalerweise im Büro hast? Da gehören aber auch Dinge dazu wie ein Drucker. Brauchst du den eventuell? Eine Kamera? Ist es sinnvoll, eine zu haben? Beleuchtung? Mikrofon? Also die Bandbreite dessen, die ist schon relativ umfangreich. Und es geht bei diesen Dingen gar nicht so sehr darum zu sagen, brauche ich alles und muss ich alles unbedingt haben, sondern wirklich sich zu hinterfragen, welche Möglichkeiten es da gibt und dann auch kritisch zu sagen, brauche ich oder brauche ich nicht? Ähnlich ist es beim Thema Software. Welche Softwareprodukte setzt du derzeit ein und brauchst du möglicherweise mehr? Brauchst du andere Softwareprodukte oder zusätzliche Produkte, weil du jetzt anders kommunizierst? Wenn du früher immer im Team zusammengesessen hast und du konntest bei Bedarf auch einfach mal nebenan ins Büro gehen und sagen, hey, ich habe da mal eine Frage, könnt ihr mir da helfen? Dann ist es natürlich schlau und geschickt, wenn du dir über ein Tool Gedanken machst, um diese einfache Kommunikation digital zu ersetzen. Da kommt zum Beispiel dieses besagte Slack ins Spiel. Es geht also hier darum zu schauen, welche Abläufe habt ihr oder hast du im realen Umfeld vor Ort und welche musst du jetzt gegebenenfalls digital abbilden. Auch hier werden eine ganze Menge Tools und Apps am Markt angeboten. Nicht alles muss man unbedingt haben. Es muss einfach sinnvoll sein und in den Kontext, in dem du tätig bist, hineinpassen. Fünfter Punkt ist das Thema Haltung. Mit welcher Haltung, mit welcher inneren Einstellung sitzt du zu Hause im Homeoffice? Ist das für dich ein Abgeschottensein, ein Must, eine Isolation? Oder sagst du, es ist einfach nur ein anderer Arbeitsplatz? Meine Arbeit verändert sich nur marginal. Ich lerne jetzt noch neue Dinge dazu. Und ich habe jetzt vielleicht die Grundlage gelegt, um auch in Zukunft viel variabler und flexibler zu arbeiten. Denn eines ist mit Sicherheit sicher. Nach Corona werden sich viele Unternehmen doch überlegen, ob Homeoffice nicht eine schicke Variante ist. Und es geht gar nicht darum, dass die Menschen immer im Homeoffice sitzen. Es geht darum zu sagen, wir machen einfach einen gesunden Mix. Wir bieten das unseren Mitarbeitern an. Ich selbst habe damals auch nicht permanent im Homeoffice gesessen. Aber ich war an mindestens drei Tagen zu Hause und bin dann an einem oder zwei Tagen ins Büro gefahren. Einfach, weil mir der Austausch direkt mit den Kollegen, der Kontakt zu den Kollegen unglaublich wichtig war. Ich habe das also auch für mein Wohlfühlgefühl gebraucht, mich vor Ort mit den Kollegen auszutauschen, mit denen zu sprechen und vielleicht auch einfach einen Schnack in der Kaffeeküche zu halten. Also schau, wie deine eigene Einstellung, deine eigene Haltung zu dem Thema Homeoffice ist. Und wenn du es als Bereicherung, als Mehrwert ansiehst, der dir für die Zukunft auch ganz neue Perspektiven eröffnet, dann hast du hier genau die richtige Einstellung. Eines habe ich beim ersten Punkt noch vergessen bei der Organisation. Schau, wo dein Tisch steht und schau, was hinter dir ist. Ich habe es in einer letzten Folge schon mal erwähnt. Ich habe ein Video gesehen, wo eine Frau in einer Videokonferenz war und wo deinem Hintergrund ihr Partner in der Unterhose durch das Bild tanzte. Nicht absichtlich, aber sichtbar. Und das ist etwas, was du durch eine gute Organisation, durch eine durchdachte Organisation wirklich vermeiden kannst. Ich glaube, diese fünf Punkte sind die wichtigsten Punkte, die dir helfen werden, gut, glücklich, effektiv und zukunftsgerichtet im Homeoffice arbeiten zu können. Und wenn du dazu Fragen hast, dann schick mir gerne einfach eine Mail oder kontaktiere mich in den gängigen Plattformen, Business-Netzwerken, wo ich überall vertreten bin. Ich helfe dir dann gerne weiter. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest. Am besten sind immer drei ganz konkrete Dinge, die du sofort umsetzt und die dich weiterbringen. Und wenn du drei Menschen kennst, die von diesen Impulsen ebenfalls profitieren, dann teil doch einfach die Folge mit ihnen. Hat dir diese Episode gefallen? Hinterlass mir gerne eine Fünf-Sterne-Bewertung und eine Rezension bei iTunes. Und am besten abonnier auch gleich den Kanal, damit du keine Folge mehr versäumst. Wenn du Fragen hast oder Ideen, Anregungen, Verbesserungsvorschläge oder Themenwünsche, dann schick mir gerne eine Nachricht. Alle Kontaktdaten zu mir findest du in den Shownotes. Und ich hoffe natürlich, dass du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Bis dahin, sei großartig, mach einfach Change. Deine Ulrike Winzer Deine Ulrike Winzer